Rotkreuz-Mitarbeiter bei Brandanschlag in der Ukraine getötet Die Hilfsorganisationen sind entsetzt über diese brutale Attacke auf humanitäre Helfer, die nur versucht haben, den Menschen in Not zu helfen. Die internationale Gemeinschaft muss diese Angriffe auf humanitäre Organisationen verurteilen und sicherstellen, dass solche Vorfälle nicht wieder vorkommen. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Freunden der verstorbenen Rotkreuz-Mitarbeiter. Wir danken Ihnen für Ihren selbstlosen Einsatz und Ihr Engagement für die Menschen in der Ukraine. Mögen Sie in Frieden ruhen. Es ist wichtig, dass die Sicherheit von humanitären Helfern gewährleistet ist, damit sie ihre wichtige Arbeit ohne Angst vor Angriffen verrichten können. Wir fordern alle Konfliktparteien auf, das Völkerrecht zu respektieren und humanitären Organisationen den ungehinderten Zugang zu den Menschen in Not zu ermöglichen. Nur so können wir gemeinsam die humanitäre Krise in der Ukraine bewältigen.